WINDEN Auch immer ist unklar, was genau die Ereignisse in Winden ausgelöst hat. Vielleicht können wir sie retten. Alle. Wo hat alles angefangen? In der Kleinstadt Winden ist ein Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Los! Mikkel! Mikkel! In der Zukunft? In der Vergangenheit? Oder ist alles in einer endlosen Schleife miteinander verbunden? Es muss ein Weg geben, das alles zu ändern. Es wird wieder passieren. Es ist soweit. Deine Rolle in all dem hier ist viel größer, als du denkst. Es gibt einen Weg. Die Apokalypse... ...muss... ...kommen. Und das ist nicht der erste Mal, wenn du zur Zeit verbringen. Es ist ein Weg, aber auch immer, wenn du in der Zeit verbringen kannst. Vielen Dank.